Jetzt hat sie den Wahnsinn, als sie so kurz geschnitten haben, alles wieder auf eine Form gebracht, der Knospen, der Feuerwehr, das ist voll, da verriechen sie uns. Großeinsatz der Salzgottner Feuerwehr. Am 2. Juli gegen 21.30 Uhr brannte im Ginsterweg in Niedern-Durow der Kamin eines Hauses. Die Salzgottner und Niedern-Durow der Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte größeren Schaden verhindern. Mit Wärmebildkameras wurde nach versteckten Blutnestern gesucht. Mit der großen Drehleiter begutachteten die Feuerwehrmänner Schäden am Kamin. Gegen 24 Uhr war der Einsatz beendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Feuerwehrmänner Schäden am Kamin. Ob Thomas von hier war, ist er? Dann würde er sich doch sicher mal was sagen. Die sind auch bei der Feuerwehr in Salzgott. Nicht du doch, Frau. Nee, die sind Salzgottner, oder wo ist der Sprunger? Ist der Sprunger oder Salzgottner Feuerwehrmänner? Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, wo die... Waren wir jetzt... Ja, hat sie dir nicht wirklich... Hat sie dir auch nicht gesagt, gehen wir auch. Nein, sie meldet und sie würde da jetzt reingucken und müssen nicht darauf etwas verpassen. Aber das wäre dann, sagt sie, nur so ungefähr, ne? Wäre nicht als... Ganz grobe richtig. Hat sie denn im Wasserloch gesagt, was sie zahlen? Nein, das geht ja nur nach Zoffen, ne? Ja, ja. Und das ist die Frage... Ja, das meinte ich damit, ob sie... Ja, das geht ja nicht... Aber das könnte... Also, sie wird eben nicht mehr als... Das ist die Frage... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie... Ja, das macht es nicht mehr als ... Ich weiß nicht... Ja, das Köste... Ja, das ist doch mal... Da, da, da... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017